Ja, willkommen im Ford Fiesta Titanium X. Das ist die höchste Ausstattungsvariante des Fiesta. Und dieses Fahrzeug hier hat einige Besonderheiten. Und zwar kann man dieses Fahrzeug bzw. Funktionen dieses Fahrzeug per Sprache steuern. Und das werden wir jetzt mal demonstrieren. Wir haben jetzt hier aktiviertes Radio. 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 UKW. UKW. Frequenz bitte. 98,3. Station 8. Und 90,3. So, jetzt rufen wir nochmal Radio PSR auf. Radio. Radio. UKW. UKW. Frequenz bitte. 100,0. Station 100,0. Und weil es so schön ist nochmal Jump. Radio. Radio. UKW. UKW. Frequenz bitte. 103,7. Station 103,7. So, das geht aber nicht nur mit dem Radio. Das geht auch mit externen Zubehör. Externe Geräte. Externes Gerät. Externes Gerät. USB. 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 Titel. Titel. Titelnummer bitte. 6. Titel. 6. Radio. 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 UKW. UKW. Frequenz bitte. 98,3. Station 98,3. So, das geht nicht nur mit dem Radio, sondern auch mit der Belüftung des Fahrzeuges. Dafür muss ich mal hier das Fahrzeug aktivieren. Temperatur. Temperatur bitte. 20 Grad. Temperatur. 20 Grad. So, dann machen wir das nochmal. Mal. Temperatur. Temperatur bitte. 16 Grad. Temperatur. 16 Grad. So, neben der Temperatur kann man auch noch andere Dinge der Lüftung steuern. Wir nehmen jetzt mal die Klimaanlage selbst. Klimaanlage. Klimaanlage. Eine Funktion bitte. Entfrostung ein. Entfrosten ein. Klimaanlage. Klimaanlage. Entfrosten aus. Entfrosten aus. Entfrosten aus. Wenn man die Funktion nicht auswendig weiß, kann man das Gerät auch fragen. Das tun wir jetzt mal. Klimaanlage. Klimaanlage. Hilfe. Hilfe. Die Klimaanlagenbefehle sind Gebläse, Temperatur, Automodus, Entfrosten ein, Entfrosten aus, Antibeschlag ein und Antibeschlag aus. Ich wechsle. Ich wechsle jetzt. Eine Funktion bitte. Entfrosten ein. Entfrosten ein. Entfrosten aus. Entfrosten aus. Gebläse. Gebläsestufe bitte. Fünf. Gebläsestufe fünf. Klimaanlage. 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 Auto. Auto. Automodus. So, schauen wir mal, was wir noch für Möglichkeiten haben hier. Hilfe. Hilfe. Nach dem Ton wählen Sie bitte Telefon, Radio, CD-Spieler, Klimaanlage oder externes Gerät. Telefon. Telefon. Nummer. Nummer wählen. Kein Mobiltelefon. Befehl abgebrochen. Befehl abgebrochen. Antibeschlag ein. Antibeschlag ein. Antibeschlag ein. Antibeschlag aus. Antibeschlag aus. Temperatur. Temperatur bitte. 40 Grad. 40. 30. Temperatur. 40 Grad. Nicht möglich. Temperatur. Temperatur bitte. Null. Temperatur. 12 Grad. Nicht möglich.